Schatz? Ja? Der Wasserhahn tropft. Ja, bin ich ein Klemmner oder was? Schatz? Ja? Der Schalter hier ist kaputt. Wie? Ja, sag mal, bin ich ein Elektriker? Schatz? Ja? Am Auto, da leuchtet eine Lampe. Kannst du da mal gucken? Ja, meine Fresse, bin ich Kfz-Mechaniker? Hi, Schatzi, wie war noch einen Tag? Gut, der Lampfer war heute hier. Okay, und? Ja, der hat nach dem Wasserhahn geguckt, hat das Auto repariert und hat den Lichtschalter fertig gemacht. Cool, und wollte er nichts für haben oder was? Doch, er wollte einen Kuchen oder mit mir schlafen. Okay, und was hat er für einen Kuchen gekriegt? Sehe ich aus wie ein Bäcker?